und ein logisches line-up die flugfelder sehen noch okay aus starte ich mal bei bravo 2 haben so nicht bei f2 starten und nach aren aber da würde ich fast bei f2 ganz hinten starten um die flugfeld 6 ist das ja ja da stehe ich jetzt da gestern spritt nicht dämmung mit kock mit beleuchtung ja ich hab mir abgeschaltet blendung ist eigentlich möglich bei so einem spiel aber ich will es mir trotzdem ein vorher ist die ist das recht angenehm was die d13 falls sie sich jemand kauft bis 200 km h am boden halten nicht vorher abheben weil sonst viel spaß auf dem sofa grüße an da ich so verklingt super da war ich auch ab mit wenn das hier ist angefangen auf einem db mittlerweile auf platz 8 oder 9 der beste serien ok wie hat wie war der name when they see us when they see us auf netflix oder prime netflix muss ich mal gucken ja es also ich gehe jetzt gerade los ist eine mini serie also abgeschlossenen hinsicht und eine folge dauert eine knappe stunde und ich habe jetzt ungefähr die helfe von der ersten also meine frau hat nicht so lange durchgehalten heute aber aufgehört es hat sehr politisch geht halt um einen realen fall der glaube ich in den frühen 80er mit der 80er irgendwie so new york city abends gehen irgendwie eine gruppe schwarze geht irgendwie in den central park ach das jetzt ja ja jetzt jetzt weiß ich ja ja leute zu verprügeln oder so kack zu machen und nachts wird eine frau gefunden die vergewaltigt wurde und dann nehmen die quasi so eine gruppe jungs also 13 14 oder was nehmen die hoch und zwingen den halt geständnis auf verprügeln die schüttern die ein und irgendwann das weiß man auch aus der vernehmungspsychologie gestehener leute einfach alles hier aus dieser situation zu entkommen genau genau das passiert mit den jungs und ja das sind dann alles halt eine politische dimension an ganz interessant also sollten wir ja mal ganz locker kriegen du bist schneller als ich ich stehe auf dem gas ja ich auch im norden ja 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 du wirst angeflogen oder wurdest ist es ein freund oder ja ja also nur freunde schlachtleutzeuge bauer 5 bauer 5 die kriegt man nicht mehr die sind doch gerade aufgepoppt die sind gerade im anflug ach die sind im anflug wir haben ein gebiet eingenommen super ich folge ja ja charlie 5 nicht bravo ach da unten ich sehe sie ich wollte gerade sagen ich sehe sie zwölf uhr low jetzt direkt unter der nase ach ja gut halten wir genau drauf zu ihr muss da rein so um die zu sehen vorteil von der vr für mich ist es ein großer schwarzer klumpen im freund da schießt was beim schlachtfeld mach jemand auch ein bisschen kaputt zwei die liegen auf dem weg 233 maschinen ich sehe es welche nimmst du der direkt unter mir ist also jetzt ich halte mal höhe sehr schön mit seinem resten kollidiert beschädigt ja einmal halber vögel fehlt fliegt zurück ich gehe mal auf die schlachtflieger panzer luci einen schönen abend wünsche ich dir ich habe noch kontrolle eigentlich müsste ich die maschine runterkriegen die vögel spitz ist halt weg zusammen mit dem querruder aber klappen funktioniert das ist gut eine mene misst doch das scheiße was ist denn hier los ich liege im vorbau ran was das denn für ein modus das ist der flug simulations modus genannt ec und du uns konfrontation nee der falsche modus willkommen ich habe dir gerade die hälfte weggeschossen du musst doch oh gott tschuldigung gegen mein gashebel gekommen als ich die hand darauf legen wollte ausrufezeichen falsche modus panzer nutzi kacke 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 verflogen war scheiße die maschine in stabil sehr geehrte fluggäste ich begrüße sie in london standstab das heutige wetter in der britischen hauptstadt ist kaltscheuslich und ungemütlich genauso wie meine ex frau eine wunderschöne damen wünsche ich dir ist so nett was wirst du giftig nein 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 wehms ab aus zweich manöver alles aus zweich manöver bravo nichts passiert ist nur das fahrwerk wir können die spitfire aus fliegen wir halten die spitfire aus in der luft mit so wie geht es dir lang nicht gesehen also hier beim schlachtfeld ist die hölle los ach die mosquitos hauen ab sehr schön selber auch ruhiger montag alles gut neues spielzeug neues spielzeug wer und morgen noch dann ist wochenende morgen noch und dann ist wochenende wieder wieder die schlachtflieger sind weg ich werde gerade fast mit 99 zusammen die da dafür sehe ich dann das spitfire die dahinter versucht zu kommen das steht in ruhe das ist meiner das steht in ruhe habe ich gerade abgeschossen wie lang fliegt denn der noch runter du kannst das ding nicht mehr retten drücken hat hab am wochenende gearbeitet und dann normal ab mittwoch 13 uhr wochenende und für mittwoch habe ich sechs überstunden genommen und deshalb morgen noch dann ist wochenende okay perfekt überstunden wochenende arbeit gut und auf die wochenende arbeit hast du wahrscheinlich verzichten können ich bin auf dem weg nach b5 ich sehe da wird ach scheiße ist ein bomber der das wahrscheinlich durch ich würde den bomber abfangen der geht glaube ich auf unsere basis aber da komme ich wahrscheinlich nicht mehr an also auf die ist bei bravo 3 zumindest sehe ich da zwei schwarze punkte hinfliegen 3 aber da komme ich nicht mehr hin zeitlich ja der eine bricht auch gerade ab was macht das ist einer von uns ich gehe runter hallo was bist du das ist der nachteil an vr bei ohne vr würde ich jetzt schon wissen was das ding da ist vr gesichtet mit vr okay mit vr muss ich da ein bisschen näher ran vom ball lebt noch position check dreh ab hatte probleme irgendwie die wird auch von jemand anderen angegriffen haben feindlichen bordschützen ausgeschaltet hat er kein höhenleitwerk mehr das habe ich ihm weggeschossen ok seitenleitwerk nicht höhenleitwerk da fliegt irgendetwas verdammt langsam verdammt niedrig er wird noch mal kreise ziehen feindliche flieger greifen um klobasis an wir müssen sie auch cyborg oh oh hilfe kein cyborg hier sind zwei jäger hier hat mir das wasser weggeschossen hier sind noch zwei jäger wo du gerade bist ja aber ich muss halt weg ich habe hier ja ab also zu hochgeschossen schönen guten abend wünsche ich dir auch wie geht es dir oh nein nein 100 dollar geh weg geh weg 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 meins 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 was geht das gut mit der brille ja mit der brille geht es verdammt gut oder sonst weiter ich habe ja gar nicht gesehen gehen wir mal auf den mit der brille macht es vor allem fisch auch schütten spitfire pilot der weiß was er tut oder auch nicht ich bin irritiert hat mich gehabt und macht eine rolle anstatt und sieht so voll und fertig zu machen hier ist die hölle los position ja gut ich lade neben nach reparieren da komme ich hallo mir geht es dir also brille mit vr spielen macht sehr 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 viel spaß also wer sich gönnen kann und was an der mark und fliegen mag kaufen costa costa quanta ich bring dir an zum flugfeld ja ich muss erst mal starten und höhe kriegen jungen kauf mit den typen ich hab dir was mitgebracht ich will die aber nicht haben ja ich bin übungen und das dinge schießt auf mich ja ich schießt auf dich ja ich schießt auf dich ja ich schießt auf dich ja ich hab ein spritleck ok das macht mit vr halten riesen spaß weil das umschauen am also natürliches umschauen das einzige ist ich wird morgen wieder einen halb steifen hals haben ich will hier sprit schießt drauf wie in der perlenschnur sind fünf stück und das ist das wenn ich meinen weizen absetze grins mal unverschämte werbung für meinen kanal das ist schon eine gute sache naja drüber zum flaschenkindl gibt es sogar glaube ich auch noch multistream ne ja ausrufezeichen flaschenkindl bei mir was tust du bei mir ausrufezeichen oder ausrufezeichen multistream gibt es auch ach das ist wieder die g56 so ungefähr kann dir bei druckbetankung nicht passieren die ok das ist die pn 50 landig und repariere ich hab's doch eigentlich auf den chat wenn du die feuerbrille auf hast deswegen habe ich immer wieder diese unterbrechung drauf ich habe einen text zu speech an es wird mir vorgelesen was die herren und damen im chat schreiben sehr geschickt ja hat er gefickt eingeschädelter ja das ist clever ich hatte auch mal eine zeitlang beim zocken voice attack an aber das hat mich dann irgendwie mehr irritiert als andere man muss sich daran gewöhnen vor allem wenn der mit vr und dann plötzlich spricht was weißt du jetzt fünf Minuten ruhig dann plötzlich spricht weil naja aber dann würde er für vr wird auch sowas wie voice attack wenn du sagst deckung oder position oder so naja ja lande ich glaube ich habe gerade eine weise und einen flügel weggeschossen sie fliegt weiter ja ich sehe da ich sehe euch kannst du dich mal kurz anfingen Moment ich muss muss töten sorry soll ich dir helfen? ne ich habe ihn war das bei alpha 3? ja ja ich muss landen ich verliere Sprit ja aber ich nehme ein anderes Flugfeld ich gehe jetzt auf das Flugfeld bei B2 ja ja ich gehe auf die Jagd mach das das System führt einen Sprachtest durch ABCDEFGHIJ12345 Test abgeschlossen das System wird nun heruntergefahren es wird auch gerne Schabernack mit dem Text to speak gemacht akzeptiere ich auch gleich als Warnung so wird zwischendurch ist witzig auch wenn es wer übertreibt da bin ich auch dann ganz regriete ich kann euch auch muten das ist so zwischendurch meine ich mein Gott ich bin selber ein Spielkind ich könnte wahrscheinlich auch nicht die Finger von lassen von daher das ist in Ordnung aber nicht übertreiben sonst muss Papa euch das Spielzeug wegnehmen wie so bei vielen im Leben alles in maßen wer bist du? wer bist du? wer bist du? wer bist du? wer bist du denn? was ist denn los mit dir? nein natürlich nicht keiner hat die Absicht zu übertreiben ich wollte mit Amatoren fliegen Amatoren wer ist denn los mit dem Berg? oh ein Gefecht wo? 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 wer gegen wen oder was? wo? also beim letzten vorerst ihm hat dann jemand gesagt Bischof war das. Hat dann eingegeben, lieber Chad, helft mir. Hörner hält mich in Gefangenen. Ich muss für ihn alles vorlesen. Helft mir, ruft die Polizei. Das ist ja relativ einfallsreich. Ja. Auch schön. Sehr schön. Ach, der ist ja schon down. War drauf gehalten, wenn er kaputt war. Ja, ich weiß, du wirst nach links weg, aber noch nicht, noch nicht, noch nicht jetzt. Hey. Ich guck mal bei C4, ob da was ist. Ach, oben das nördliche Flugfeld. Es reicht ein Zomber, um das Match zu gewinnen. Das ist deprimierend. mich würde das mit der Computerstimme irre machen, glaub ich. man gewöhnt sich dran. Sehr schön. Man gewöhnt sich dran. Ich muss das Bild erst fliegen. Ich finde es immer witzig, wie weit die Artillerie am Boden schlachten schießt. Sie schießt überall, dann muss ich nicht da, wo die Schlacht ist. Ich bin nicht da, wo die Schlacht ist. Ich bin nicht da, wo die Schlacht ist. Ich habe eine geringe Stresstoleranz, wenn eine Frauenstimme ZBN es schon gut sagt. Ja, der hat mir geholfen, jetzt bin ich dran. Raust du? Ich glaube, ich bin über dir. Ja, 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 wir brauchen Hilfe. Ich bin da. Ich bin über dir. Wie lange machst du noch? Die Runde noch und dann roste ich euch zu Kindle rüber. Oben oder unten? Oben oder unten? Welche ist es? Jetzt unten. Okay, check. Ich bin hinter dir. Ich kann den Terms von der Spitfire nicht mitgehen. Okay, lass raus, ich bin dran. Ich habe auch überschossen. Keine Energie, aber weil er mir geholfen hat, gehe ich aufs Ganze. Hallo, sag mal, sind die Premiumangebote momentan gut oder kommt Weihnachten was Besseres? Ähm, verprägt... Oh, fuck, ich bin hinter dir. UFF, den habe ich echt nicht gesehen. Ich habe mich getroffen. Holla, die Waldfee, herzlichen Dank für den Host. Heile Gescheiße. Holla, alles klar. Ich will doch nur Feuer haben, aber... Äh, also noch eine Runde. Wo soll ich nicht sehen? Ach, da unten. Ne, der ist unten, der Sack. Ich stürze runter. Halt die Kontrolle verloren. Mach halt, XD, hab halt nix gehört, hättest schreiben müssen. Ach, nein, nein, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Das hier ist 22,39. Wie ließ bei dir, Holla? Die Verteidigung wird sofort gestärkt werden. Ähm, die Angebote in Warsunder, die es gerade gibt, ob die gut sind. Ähm, glaube ich, gerade gibt es 50% für Golden Eagles Kauf von 356 Tagen Premium. War super, hat extrem viel Spaß gemacht. Und, äh, da, die Frage erübrigt sich, weil ja alles im Angebot ist. Also, wenn man ein Premium haben möchte, oder teilt es mal eine... Ja, die Frage, die Frage war, ob man warten soll, oder ob man jetzt zuschlagen soll. Ja, wenn du eine Premium kaufen willst, solltest du jetzt zuschlagen. Ja. Ja. Definitiv. Also, die gibt es einmal im Mai und einmal zum Geburtstag. Und, äh, ich würde es machen, aber ich habe noch 250 Tage. Das heißt, ich komme bis zum Mai locker aus. Ich freue mich, noch ein Jahr drauf zu packen. Könnte ich machen. Könnte ich mir auch leisten, so. Aber, nö. Aber, wenn man kein Premium hat, oder kurz nur noch ein paar Tage, dann definitiv jetzt 365 Tage für, ich glaube, ungerechnet 40 Euro. Man muss ein bisschen mehr Golden Eagles kaufen, leider. Man kommt nicht ganz hin. Aber, da gibt es auch irgendwie ein Trick mit dem Marketplace. Dann spart man auch nochmal ein paar Euro. Hat Spaß gemacht. Was für ein Spiel hast du nochmal gespielt, Holla? Ich habe es nur gesehen, aber ich, du weißt, ich meine Namensgedächtung. Ausrufezeichen, Nola übrigens. Oh, scheiße. Ich habe nicht das Schatz, wie kaputt meine Mutter ist. Conny Dax, einen schönen Abend wünsche ich. Ich habe Höhe abgebaut. Wo bist du? Hier, aber. Ich habe nur noch 500 Meter Höhe in meinem Motorsack durch. Der ist komplett im Arsch. Ah, okay. Ich habe es unterschätzt. Ich war ja auf 1500. Ich hätte noch hochziehen können auf 2000. Dann hätte ich es locker geschafft. Ich probiere es trotzdem. Ja, das ist... Ich kann 615 Meter halten, aber auch nicht mehr. Irgendeiner wird sich doch mal trauen. Ach, Conny Dax war die Frage. Sorry, Conny Dax. Ich sehe halt den Namen oder lasse ich mir nicht verlesen, weil sonst wird es wirklich verwirrend. Man kann zwar sagen, dass der Bot auch den Namen vorliest, aber dann wird es blätt. Ich habe irgendwas unter mir. Ich gehe mal runter. Ausrufezeichen, Holla. Für Panzerluzzi brauche ich auch noch so ein Command. Was bist du? Rasier dich mal. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich muss mich mal wieder rasieren. Bin ich heute aber nicht dazu gekommen. Siehst aus wie ein Höhlenmensch. Ja, ich weiß. Nah, bricht der Kopf ab. Nee, der Kopf bricht nicht ganz ab. Geduld, 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 Geduld. Ah, fuck it. Jetzt hat er mich gehört, die Sau. Five minutes to go. Dann nehmen wir doch die Tage. Du kannst mir doch jetzt nicht hinterhersteigen. Das wirst du doch... Wem wirst du denn das erzählen? Oh, fuck. Ich hab hier ne P-51 am Arsch. Ich bin gerade nicht am streiten. Ich hab die Focke verloren. Ist mir durchgesackt. Über den Balken. ja an der grenze zum a-punkt kaum bedauert aber ah fuck it am see westliches ufer ja ich steigere dahin und fliege dahin da kommt jetzt noch ein zweiter flieger rein das hat das problem mit der 190 grad ausflug perfekt törnen vergiss hm brauche unterstützung ja ja komm ja dauert es nur ein weiteres mit der tal brauche ich wirklich höher äh das gibt es doch nicht na endlich den fehler hätte grad nicht machen dürfen oh da ist nochmal was oh 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 wo bist du jetzt genau ähm zu mir naja und da unten bekämpfen sich zwei ja ich sehe es ich bin auf dem weg aber ich brauche mindestens 2.500 Meter mindestens ach das ist der vierzehner was bist du ach du bist die sterbende ok die vierzehn hat es verrissen wer wollte zu viel welcher bist du ok äh da hängt aber dran da mische ich mich jetzt nicht an wir haben ein gebiet eingenommen ja leveler der kopf bricht noch nicht so schnell ab einen schönen abend wünsche ich dir ich habe einen an meinem arsch nach wo der her kam deckung geben kurz kurz hast du kurz ich habe eine p51 hinten dran ich komme ich sehe es ja der ist schneller als ich mach nen ähm na jeder gymnast ist stolz auf deine beweglichkeit die distanz erhöht sich mein hals wird es mir morgen wieder bereuen ich komme in deiner richtung ich komme von süden auf dich zu er ist noch hinten dran aber schieß nicht mehr weil ich sehe ihn nicht ja ich bin noch zwei sektors von dir weg wenn es umher fühlt man das besser fällt mir nicht ein ich habe noch keine sicht auf dem ich sehe noch nur dich knapp überm boden der ist direkt hinter mir ja das ist das spotting system hier wenn der punkt aufploppt so lange nicht schießt sehe ich ihn auf die distanz nicht also noch schießt du nicht ja wird abgedreht ok also rennen kannst mit dem ding grundsätzlich ja die ist halt noch nicht ausgebaut sonst geht dann 30 40 mehr drauf ja und dann macht das einen riesen unterschied wenn du halt auf diesem vollgas rennen die tal ist unglaublich schnell wenn du richtig auf die geschwindigkeit kommst ist das ding hier wahnsinn ich habe noch keine wischung der kam völlig überraschende kam über mir ja jetzt sehe ich ihn ist über dem fluss ja ich sehe ihn jetzt auch wieder ich gehe runter ich baue wieder höhe auf und komme zurück der hat mir nur einen kratzer verpasst nichts schlimmes er hat seine disziplin nicht gehalten er hat auf zu hoher distanz gestoßen dann hat er mir einen schreifschluss verpasst in dem moment habe ich einen splitter erst eingeleitet und dann war ich weg ich sag dir das ding braucht höhe ey das braucht echt höhe weil alles das andere außer rennen kannst mit dem ding nicht er hat mich gehört oder gesehen ja der passt auf der team war man fest herr ist das wahrscheinlich war man fest herr ist das wahrscheinlich hat er erst versucht hinterher zu steuern ja p63 war das der ist nicht ganz so schnell wie eine mustang jetzt hat er mich geholt ja fahren wir mit der 37 mm rotz verdienter immer im kmh kontakt hier check dann kommt mir das ein suicide bomber glaube ich ah ok kann ich glaube ich nicht mehr verhindern ja brech ab ja ich habe recht das sind unsere ganzen leute alle auf alle auf ja wir sind die letzten 16 weit haben wir fliegel richtung schlacht ok das match für die gewinnt frustrierend vielleicht einer von diesen sparen marken aus ich sehe so hoch nix frustrierend mit den volken eine gute richtzahl für die steiggeschwindigkeit generell oder gibt es da große unterschiede zwischen den fliegern rb bei rb unterschiede in der ob es eine gute steigrate in rb gibt also winkel mit den du steigst in rb oder ob das von 50 die frage war auf rb bezogen und da habe ich jetzt halt keine ahnung ich glaube gilt aber so grundsätzlich regeln baue erst ein bisschen geschwindigkeit auf bevor du am stick ziehst wie doof konstante geschwindigkeit zu halten und das muss aber ich ausprobieren ich würde auf 300 350 mindestens beschleunigen dann gucken bei welcher rate das flugzeug keine geschwindigkeit verliert und einfach in dem winkel dann steigen wir bei rb bedeutet das ja maus hinstellen kaffee holen hier muss ja die ganze zeit am stick ziehen sind glaube ich auch so viele Leute überhaupt so faul und ohne sich die höhe nicht hat eine moskita gerade einen panzerwagen zerstört panzerwagen kann doch eigentlich das konvoy bedeuten auch scheiße riesen fetter bombe bei mir wo 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 ich will den haben wird aber schon beschossen von einem anderen und schluss der link mal gucken ob wir den schlachten einfluss zu verändern können den schlachtverlauf p38 schießt bei uns die sind tatsächlich oben beim dings ich gehe mal hoch zum konvoi weil da blickt das erfährt und da hat er vorne moskito hat was abgeschossen und gerade mit der p38 was ich habe schon wieder ein löck ja ja die greifen unser konvoi da oben an die säule d1 ist da gestartet soll ich hier bodenziel angreifen ja bis gerade abgeschmiert ok ich habe einen von uns erwischt Wir folgen. Wir nehmen eine Miste, es krabbelt in der Kiste. Wir nehmen eine Mäh und raus bis... ...Natal. Der Feind greift unsere Basis an! Sofort die Verteidigung zu verstärken! Irgendeiner über den Fluss Richtung Schlachtfeld. Über den Seemann. Uh! Who the fuck is that? Oh, was Großes! Eine P61. Ja! Ah, Scheiße, wo sind's? Oder haben wir eine Junkers? Eine Do? Ah, das ist eine Do. Ah, okay, jetzt die Do. Ja, ich seh dich, ich weiß das ihr zu zweit seid. Oh! Oh! Das war die Moskito, das hatte ich gesehen. Ah, hier ist das... Ah, hier ist das... Ah, hier ist das... Die P38 versucht von mir wegzurennen. Ich finde das immer süß, wenn sie versuchen von 190 km wegzurennen. Na gut, aber die haben halt das Speed Cap, ne? Ja. Also die 190 km kann 850, bevor es verreißt. Ja, die ist erhöht oder was? Die konnte ja gar nicht so viel. Naja, gar nicht. Irgendwie hat man einen Wert gespeichert im Kopf. Ach, du meinst im gerade Ausflug von alleinem Antrieb? Ja gut, da wird ja eh nicht besonders schnell, aber... 591 km, also schnell genug. Ja, natürlich schnell genug, aber das ist immer noch... Na ja, mäßig, mittelmäßig. Warum hatte der sein Fahrwerk draußen? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Hallo Moskito, oder was auch mal du bist? Wo bist du? Okay, ich komme. Hast ja noch eine blutige Nase eingefangen, ne? Ja, der macht das gut hier. Der versucht echt... Der kämpft mit allen... Mitteln gegen seinen Abschluss. Ich habe echt Probleme, ihm zu folgen mit der... Aufmerksamkeit. Soll ich denn in deine Richtung treiben? Ich glaube, ich sehe was denn... Auf... Ja, ich halte die Distanz und so, das ist schon okay. Hat der bombardiert hier die Bases? Ja. Ach, schade, er ist nicht abgefangen. Er hat es nämlich schon nicht klappt. Nächster Angriff. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass der Heck Ganner hat. Ne, ne, Moskito hat keiner. Häng wieder dran. Ach so. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe keinen Kill bekommen. Da rauchte alles an dem Scheiß Ding. Ja. Verbündet Schlachtpflege, unterstützt Bomber, alles... Okay. Alles unseres. Ich bin über dir. Du bist das. Und ich mache gerade eine Rolle. Ja. Ich bin auf deiner 6. Jo. Du brauchst irgendwie ein bisschen. Omiku, einen schönen Abend... Ja, ich verliere Sprit. Und nur ein kleines Loch. Das ist noch so ein Typ. Zwei Antriebe. Ja, zu steil. Abbruch. Und? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Richtig drauf. Ja, ich glaube schon. Ich bin auch dran. Jetzt habe ich besser einen Winkel. Ne, das sind vier Zehner, Befreundete. Ah ja, das ist ein Schlachtwinkel. Ja. Da hängt einer an den vier Zehnern dran, ehrlich gesagt. Und dann habe ich zum Falschen angeflogen. Ja, warte mal. Ist das eine 109er? Ja, das war ja eine 109er. Forget it. Die kleine Gegner-Gefugzeuge mehr. Doch da kommt was. Es wird angegriffen. Ich flieg gerade irgendwo nach einer Duo. Das war eine Duo. Da, wo du gerade ruht dich. Das war eine Duo, ja? Ja. Da greif ich jetzt das Bodenziele an. Wir müssen da unten mal ein bisschen Boden gut machen. Macht es. Na gut. Ja. Ja. Tsch 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 Ja. Da haben wir noch 50.000 und die Upgrades für die scheiß Fückzeuge, das ist ja das Wichtigste, was mich eigentlich interessiert hat. Neuer 30er. 500 Kilo Bomben. 0 habe ich schon 0 zu 9 das ist gut wirklich gut habe ich kann ich leider nicht von mir